Hallo zusammen und willkommen zurück bei Du bist der Autor deines Lebens. Heute widmen wir uns einem Thema, um das viele von euch gebeten haben. Joe Dispencers starken Affirmation für den Lottogewinn. Joe Dispencer ist Neurowissenschaftler, Autor und Redner und hat sein Leben der Aufgabe gewidmet, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben durch die Kraft ihrer Gedanken zu verändern. In diesem Video geht es um die Prinzipien hinter den Affirmationen, wie sie funktionieren und vor allem, wie du sie effektiv in dein Leben einbauen kannst, um Lottogewinne zu manifestieren. Begeben wir uns also auf diese unglaubliche Reise. Bevor wir uns mit den Affirmationen für den Lottogewinn beschäftigen, ist es unglaublich wichtig zu verstehen, welche enormen Kräfte, welche Macht sie haben, um unsere Wünsche zu manifestieren. Affirmationen sind positive Aussagen, die wir über uns selbst wiederholen und so eine Veränderung unserer Überzeugung und Denkmuster zu veranlassen. Genau darum geht es auch bei den anderen Videos auf diesem Kanal. Jede Woche gibt es drei neue Videos, also abonniere den Kanal und klicke die Glocke, um keins mehr zu verpassen und programmiere dein Mindset auf Erfolg. Affirmationen sind die Schlüssel, die uns die Türen zu unseren Träumen öffnen. Die Affirmationen von Dispencer sind tief im Gesetz der Anziehung verwurzelt. Ein universelles Prinzip, das besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Unsere Gedanken, Überzeugung und Emotion senden Schwingungen aus, die ähnliche Erfahrungen in unser Leben ziehen. Indem wir positive Affirmationen verwenden, können wir unsere Energie auf das gewünschte Ergebnis ausrichten, in diesem Fall im Lotto zu gewinnen. Affirmationen sind besonders wirkungsvoll bei der Umprogrammierung unseres Unterbewusstseins. In unserem Unterbewusstsein sind tiefer wurzelte Glaubenssätze und Muster verankert, die uns oft daran hindern, Reichtum zu manifestieren. Durch die ständige Wiederholung positiver Affirmationen können wir diese einschränkenden Überzeugungen außer Kraft setzen und neue neuronale Bahnen in unserem Gehirn erschaffen und damit die Tür öffnen, hin zu unbegrenzten Möglichkeiten. Lasst uns jetzt in diese kraftvollen Affirmationen eintauchen, die speziell dafür entwickelt wurden, Lottogewinne zu manifestieren. Denke daran, dass Beständigkeit und ein unerschütterlicher Glaube an das, was Du sagst, die Hauptzutaten sind, um das volle Potenzial dieser Affirmationen ausschöpfen zu können. Affirmation 1 Ich bin ein starker Magnet für Reichtum und finanziellen Überfluss Diese Affirmation konzentriert sich darauf, Deine Energie auf finanziellen Reichtum auszurichten. Indem Du diese Aussage affirmierst und sie damit bestätigst – to affirm bedeutet auch bestätigen – sendest Du ein Signal an das Universum aus, dass Du offen und empfänglich dafür bist, Reichtum in den verschiedensten Formen zu erhalten, einschließlich eines Lottogewinns. Affirmation 2 Ich bin ein Lotto-Jackpot-Gewinner Bei dieser Affirmation geht es darum, ein lebhaftes mentales Bild davon zu erschaffen, das Du bereits im Lotto gewonnen hast. Indem Du Dich als Jackpot-Gewinner visualisierst und das bestätigst, also affirmierst, kultivierst Du Vertrauen und Gewissheit in das Ergebnis. Genieße das berauschende Gefühl in diesem Moment. Wenn Du Hilfe dabei benötigst, tiefer in dieses Gefühl einzusteigen, schau Dir die Rausch-Videos auf diesem Kanal an. Affirmation 3 Ich bin offen dafür, unerwartete Geldgeschenke zu erhalten Diese Affirmation erweitert Deine Möglichkeiten über die Lotterie hinaus. Sie ermöglicht es Dir, offen für unerwartete Gelegenheiten zu sein, die Dir finanziellen Reichtum bringen, wie zum Beispiel Erbschaften, Geschenke oder andere Glücksfälle, die sich Dir auf Deinem Weg zeigen. Affirmation 4 Ich bin im Einklang mit der Schwingung des Lottogewinns Diese Affirmation unterstreicht die Bedeutung des Im-Einklang-Seins mit dieser Schwingung. Sie erinnert Dich daran, Deine Gedanken, Gefühle und Überzeugung mit der Energie des Lottogewinns in Einklang zu bringen. Behalte dabei eine positive Geisteshaltung bei, die voller Freude die Ankunft erwartet. Affirmation 5 Ich bin dankbar für den Überfluss und den Reichtum, der in mein Leben fließt. Dankbarkeit ist ein mächtiges Werkzeug für das Manifestieren. Indem Du Deine Dankbarkeit für die Fülle zum Ausdruck bringst, die in Deinem Leben bereits vorhanden ist, stimmst Du einen positiven Ton an. Du stimmst quasi die richtige Schwingung an und öffnest so die Türen für weitere wundervolle Begebenheiten, die man auch als Segnung bezeichnen könnte. Geschenke vom Universum, einschließlich Lottogewinne. Dankbarkeit ist die Brücke zwischen dem, wo Du bist und dem, wo Du sein willst. Nachdem wir nun die Affirmation besprochen haben, wollen wir dazu kommen, wie Du sie effektiv in Deinen Alltag einbauen kannst. Beständigkeit ist das A und O bei der Arbeit mit Affirmation. Nimm Dir jeden Tag eine bestimmte, dafür vorgesehene Zeit, um die von Dir gewählten Affirmationen zu wiederholen, sei es morgens, vor dem Schlafen gehen oder zu einer anderen für Dich geeigneten Zeit. Mache es zu Deiner täglichen Gewohnheit. Während Du affirmierst, beziehe Deine Sinne und Gefühle mit ein. Lasse sie sich angesprochen fühlen. Visualisiere Dein Lottogewinn. Fühle dieses positive Aufgeregtsein und tauche in das Gefühl des Gewinns ein. Je lebendiger und emotionaler Deine Visualisierung ist, desto stärker ist das energetische Signal, das Du an das Universum aussendest. Lasse diese Affirmation erfüllt sein von Liebe, Spaß und Dankbarkeit. Verbinde Dich mit dem Gefühl, Dein gewünschtes Ergebnis bereits erreicht zu haben. Dieser positive emotionale Zustand wird die Wirksamkeit Deiner Affirmation verstärken und Dir helfen, Dich auf die Frequenz Deiner Wünsche auszurichten und mit dieser in Einklang zu kommen. Es ist wie mit einem Radiosender, Du musst quasi nur den richtigen Sender finden. Mit der Zeit sollten sich Deine Affirmationen in tief verwurzelte Überzeugungen verwandeln. Das ist der Schlüssel, um Dein Unterbewusstsein auf Deine Wünsche auszurichten. Durch konsequente Wiederholung und einen unerschütterlichen Glauben an ihre Kraft kannst Du diese Affirmationen als Teil Deines Glaubenssystems verfestigen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt die kraftvollen Affirmationen für den Lottogewinn kennengelernt. Erinnere Dich daran, dass die wahre Macht in Dir liegt, in Deinen Gedanken, Dein Überzeugung und Deinen Absichten. Affirmationen sind die Werkzeuge, die Dir dabei helfen, diese Macht in Dir auch für Dich nutzen zu können, diese Macht Deine Wünsche zu verwirklichen. Wenn Du weiter mit diesen Affirmationen arbeitest, sei geduldig, bleib positiv und vertraue auf den Prozess. Und denke immer, dass es zwar möglich ist, Fülle zu manifestieren, es aber genauso wichtig ist, Dankbarkeit für die Segnung zu kultivieren, die bereits in Deinem Leben vorhanden sind. Danke, dass Du mich auf dieser Reise begleitest und Teil dieser Community bist und bis zum nächsten Mal. Mögen Deine Affirmationen Dich Deinen Träumen näher bringen.